Also insofern, hier von Bagatellisierung zu sprechen ist nicht richtig, sondern hier werden einfach Fakten auf den Tisch gelegt. Und wie gesagt, wenn die WTO sagt, dass sowas vernünftig ist, dann spricht auch nichts dagegen. Das ist ein Satz, der durchaus richtig ist, aber nochmals, das Kindeswohl ist hier nicht beeinträchtigt. Wie sehen Sie das, Herr Utho? Und nochmals, die WTO hat hier ganz klar gesagt, dass aus präventiven Gründen so etwas auch nützlich sein soll. Vielen Dank.